Und ich habe jetzt die komplette Rüstung gemacht, ne? Ja. Und dann, so, jetzt brauchst du noch eine Großjagigklaue, dann kannst du dir auf das Schwert machen. Okay. Erster Großjagig killt, der gibt natürlich keine Klaue. Zweiten gekillt, der gibt auch keine Klaue. Ja, wunderschön. Ich sehe zwar gerade nichts, aber egal. Da sind wieder Kanonen übrig. Mensch, wieso ist das so dunkel? Ja. Mal wieder. Ja. Es wird englische Schülle. Bonn. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, außer Joshua. Der Eingang für Joshua. Er ist nicht so groß. Schau mal drauf wie du warst Auf dem höchsten Platt der Bug von Dover Filme ich hier und lass meine Kamera nicht runterbleiben Ich lasse mich aus wie Wald und Hügel von Monstante Was? Oh kann ich erkennen glaube ich Egal Gut Oh So Da ist das Meer Sieht das nicht wunderschön aus Das war hier Eine andere Seite Der Burg von Dover Ja Ja Da drüben ist der Hafen Ja Gar nichts mit Fabian Dann würden die das alle glauben Ja Ein Blick auf Dover Und den Hafen von Dover Gefilmt von der Burg von Dover Und da drüben sind Häuser von Dover Und da drüben sind Häuser von Dover Ja 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 Ich meine Vielen Dank.